Fressnapf ist Österreichs größter Tierfutter- und Tierzubehörmarkt. Einmal pro Jahr wird gefeiert. 700 Mitarbeiter trafen sich diesmal ins Schlafen. Showprogramme und Stimmungsdisco waren angesagt. Die Mitarbeiter machten die Nacht zum Tag. In der Tenne, der größten Almhütte an der Planeitalstation, war die Party das Thema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und irgendwann war dann doch Schluss. Schließlich stehen neue Umsatzrekorde und weitere Expansionen am Plan. Denn darauf sind die Mitarbeiter spezialisiert, die besten zu sein.